Der tägliche Wahnsinn zwischen den Aufnahmen. Wer lebt denn jetzt noch? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games. Wir spielen auf der Vulkan-Map Jungs gegen Mädels. Und weil die Jungs so cool sind, nenne ich die zuerst. Wir spielen mit Herr Blaze. Hallo. Mit Steven. Hallo. Mit Rothermoon. Ah ja. So, gegen die Mädels, bestehend aus Ria. Ich bin nicht da. Sunny. Hallelöchen, Probation. Genau. Lizzie. Hi. Welche ist eigentlich Lizzie? Das ist die hier, ne? Die, wo auch Lizzie heißt. Ja. Wie, wieso bist du nicht da? Ich bin vom CyberCon. Okay, also Lisa ist nicht dabei, deswegen ist es fair. Das ist 3 gegen 3. Und, äh, Red Hamster? die map fängt erst in 10 minuten an nein 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 ich habe hier zwei die sich an mir rechnen wollen die gleich neben mir stehen warum ist in der blaze in dem letzten loch bei mir ist keiner bei mir ist ein stein bei dir ist ein loch ja das ist ab und zu so ja er ist auch schon mal in so ein loch reingefallen und kam nicht gleich weg ich mach jetzt es gewohnt mega es gewohnt und ich werde gleich stiften gehen sonst bin ich wirklich gleich zu uns die gucken mir schon an also was gibt es denn gut ist trinken ja wasser wasser in wasser ficken fische auf der ganz anderen seite ja bei mir bei missions ja da sind drei dazwischen game starting in 20 seconds please das war meine ich glaube meine erste meine erste video auf meinem kanal wo ficken drin vorkommt also wo ich ficken sage also vorgekommen ist es schon mal aber da habe ich es nicht gesagt oder nein das war ich ich bin rechts neben euch auf der anderen seite roh ich bin rechts neben euch auf der anderen seite roh ich bin rechts neben euch auf der anderen seite roh guck mal ein bisschen weiter nach rechts oh mein gott ich hab noch eine mütze ich hab ne kiste ja soll ich dir die mütze da rein tun weil ich tu dir die mütze da rein na bitte schön na super wer läuft bei mir sylia so hat jemand ein schwert blaze hat ein schwert und du hast ein schwert blaze hat ein schwert und du hast ein schwert ok dann bleib ich hinter euch ich will auch eine melone 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 oh melone oh man alter was war da drin was war da drin ne hose oh ich will ne hose gib mir ne hose ich hab da auch ne kappe gegeben gib mir ne hose gib mir ne hose ne brauchst du nicht gib dir meine hose gib dir meine hose ich brauch ein schwert nein ich brauch Luft da unten äh wo ist rotha jetzt ich hab ne hose sehr schön direkt weitergelaufen ich hab schon ne bessere mütze weißt du doch deswegen ich hab dir doch meine gegeben hier noch wirst du jetzt ne hose haben oder nicht oh danke hast du denn du hast doch nur eine oder ich hab gerade eine gefunden ach so dann geht mal her vorsichtiges gegner 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 weißt du musst oben rum den gegner verbrüller los wo links 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 hier komm hier hier weiter dein goldschwert dein goldschwert ah danke wartet mal kurz still das schwert von ihm tötet ihn das ist ein heavy los tötet ihn er kommt da eh nicht mehr raus ich auch hier echt nicht wie soll ich wie soll ich weil man da drin gefangen ist wenn man da reingeht echt ja aber ich will auch sein schwert haben tötet ihn lasst mich was passiert ne da muss man sich drauf stellen ey der hat mich geschlagen also so gehst du wohl nicht mehr weiter warte mal bleib mal drauf stehen ja ne ist nicht der eingang ich dachte da wärs nämlich ah wir sind quasi wohltäter rammsteh ach komm bevor ich da jetzt der kommt da eh nicht mehr raus stell dich mal hier hin ja aber am ende müssen wir ja doch killen ja dann weißt du ja wo er ist ich such jetzt mal einen bogen der kommt da eh nicht mehr raus ich such mal einen bogen jetzt hier ist nix ist nix drin ja keine kirche ne bin auch wieder raus ah hier ist ein äh Dispenser irgendwo und ich krieg die ganze Zeit Erdblöcke wenn ich auf den Button haue sorry ich hab ein Schwert und ne Hose aber die Hose ruhig selber ich hab jetzt sieben Erdblöcke zum rausbauen krass aber brauchst du ein Schwert mhm bist du noch da bei dem äh ja ja ich bin ja noch bei dem jaja ich bin ja noch bei dem jaja eh hoch hoch will nicht gib einfach schmeiß einfach da unten hin okay danke da hier ist nix hier sind die Mädels hier sind die Mädels hier sind die Mädels hier sind die Mädels ja? komm Niv komm komm Raza so gehst du mit deinen Abos um ah ne das sind gar nicht unsere Mädels das sind andere Mädels ich eile ah dann bin ich ja dabei dann bin ich ja sofort dabei hab ich verloren da musst du mich nicht erst schwenken wir sind zum Fluss gerannt oh Gott der eine ist runter gesprungen das ist schon mal ganz gut das seid ich definitiv nicht bei dem Haus auch was sind wir? bei dem Haus? ne ne wir sind jetzt beim Sand Sandstein bei den okay dann plünde ich mal hier weiter die Kisten ihr kommt ja alleine da ich hab noch schnell das tut so in der Seele wie überall Pilze und keine Schüsseln hinter dir bzw. und funktioniert nicht ich hab drei Schüssel ja ich meine und funktioniert nicht wollt ich sagen ah hä warum kann ich nicht was los? jetzt kommen wir hier nicht mehr raus doch hoch hier kommen wir einen raus ohne Probleme aber hier sind noch Kisten die müssen wir erstmal aufmachen du musst nur ganz rüber schwimmen du kommst hier raus okay Fluss aber jetzt haben wir natürlich da hinten die Kiste nicht mitgenommen die da ah idiot naja egal das war jetzt natürlich schlau was brauchst du noch an Anziehsachen oder hast du alles? ähm ich hab alles brauchst du noch ne Hose? ne ich hab alles ich hab sogar noch ein zweites Schwert und ich hab noch was zu essen also alles Gute hamster helft mir helft mir da kommt einer der läuft gerade weg warte ich hab was für dich warte ich hab was für dich es ist ein langer Weg darüber sehr langer Weg ich renne mich wieder daraus um das unten zu der Kiste zu kommen Hilfe ihr Südia ja mir fehlt nur noch ne Baffe ich hab Südia gefunden ich hab ein wildes Südia gefunden ein wildes Südia dann bring's um und wo bist du? ja in dem Fluss oh hallo ihr zwei ihr sollt euch aber nicht gegenseitig hauen ne? wir wollten eigentlich hier zum Fluss aber ich weiß nicht wo du hin willst ach da hast du gleich schon der rett das schon hin das meine ich dass du bist geh weg lauf nicht so außerhalb vom Wald lauf mehr im Wald der zuerst kommt plündert zuerst okay ich bin vor dir da oh ne da geh ich nicht rüber warum ach so die da hinten ne aber ich glaub das sind die Mädels hin weil wenn sie in die Richtung laufen und euch trafen hat jemand nen Bogen? ich bin vor dir da Blaze haha bist du langsam also hier ist ein Jump'n'Run ich weiß nicht ob ich das überleben werde ich will ein Jump'n'Run machen ja hier hier Jump'n'Run da rüber ja das ist Südia der läuft weg nö doch kommt man wenn du weiter an den Fluss runter gehst und an den Wald lang gehst dann ist eine bessere Stelle ich weiß ich weiß also im Dorf ist nix mehr das haben wir alles geplündert ach wir interessieren das Dorf ey ich meine ja auch die Ria die mit mir läuft ich rede nicht mit ihr komm Lissi da oben war nichts mehr drin die andere Seite ist besser wo ist eigentlich die Lissi? oh hier ist noch was drin duf 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 ich bin neben Ria und Amster achso ok danke schön weil ich hab die andere Lisa dabei bist achso ja ich hab ich bin mal zu den anderen Beatles übergegangen höh aber hey wir leben alle noch also bam ja noch ich hab Brüstung für dich was denn? auch nix ich hätte ne Enderperle tut mir leid braucht jemand noch irgendwas Hosen oder sowas goldene Brüste würdet ihr das aufnehmen? oh goldene Brüste hm ja sowas hatte ich noch nie ja ich brauch'n Bruch ich hab'n Bruch ich hab'n Bruch ich hab'n Bruch ich hab'n Bruch aber ich kann's auch nicht nehmen jetzt nur noch elf ich hab'n 19 Millionen das stell'n dir gruselig vor kommst du hinterher Lisa? wenn ich zu schnell bin schreie einfach ja ne ist klar Rava vielleicht hast du ein Schwert aber natürlich ein Spiel leckt was du bist tot? wir haben so viele Schwerter hallo seid ihr noch da? ja ey jetzt verliere ich aber nicht die schon wieder wo seid ihr hin? Krasa wo bist du? ah da ich seh' euch ich seh' heavy aber ich lauf' einfach mal blazer hinterher der kennt sich hier und weiter aus boah ich hab'n ganz viel Rüstung ich find'n großen Baum ich vertraue dir einfach mal der ist der ist zwei Blöcke an uns vorbeigelaufen der Hammer oder ich? nein heavy wie ist denn da rausgekommen? hier ist er hier oben keine Ahnung auf dem Berg wie war das beim nächsten Mal? kommt er nicht raus? normalerweise nicht scheinbar doch vielleicht hat ihm jemand geholfen Nennerperle oder Melonen oder so Melonen? äh Hamster wo rennst du schon wieder hin? er lasst ihn stehen lass uns weiterlaufen ja lass uns weiterlaufen lass den heavy da stehen er will mich bloß umbringen alles klar ah Glück gehabt sehr war da was drin? naja Klamotten ne? ich hab doch hier grad nen Namen gelesen ne? tut mir leid tut mir leid meinst was ist denn passiert? tut mir leid aber wir spielen wir spielen Jungs gegen Mädels das ist halt so und wo ist die andere Lisa? die ist bei bei die Sunny die hasse ich jetzt ja weil die ist ja tot nein ich hasse dich nicht Sam ist ja gut oh no mein Inventar ist voll gleichs warte mal kurz du hast mich so erschrocken dass ich gar nicht aufs Schwert übergewechselt habe gleichs macht nen Secondhandladen auf und ich doof hatte zwei Enderperlen im Inventar ich auch ich bin schon getragen und angeschwitzt hm geil gib mal her wollen wir tauschen? ich hab auch welche wie war das? gib mir deinen Schweiß ich gib dir meinen du hast mal die Hosen weg ich nehme die ganzen Schwerter mit hier drin sind äh der zieht die Hose aus ne ich hab die anderen Hose wegetan die ich noch im Inventar hatte oh eine Ahnung weg Gettenstiefel ja oh noch mehr Essen und noch mehr Schwerter scheiße ich hab sieben Dreckblöcke ich hab sieben Dreckblöcke von zufuck wie viele leben denn hier eigentlich noch? ich kann mich überall rausbauen die habe ich aus nem Dispenser gekriegt und du kannst sie nicht setzen von daher sind sie wertlos ja das ist ja doof erstmal alles ausräumen was ich nicht brauche hier die Helme brauche ich alle nicht achso Kiste anklicken Helme rein Hosen rein Brüste rein Schuhe rein ich dachte Milone hast du schon rein äh ne Moment Milone ich hab so viele Äpfel ey das ist schon nicht mehr normal ich hab neun Äpfel neun Fische ähm ja was anderes vier Hühnchen oder ich war das ganze zweimal ich hab ein Steinschwert damit kittle ich jetzt die Leute da ist die Wand wenn da die Wand ist muss die Richtung ungefähr die Mitte sein ok können wir uns in der Mitte einfinden es wird nämlich ja dunkel wir können dann ein paar Chests absahnen vielleicht so ein bisschen gerade unterwegs alles klar ich verschrauf gleichs ich lauf einfach mal da ja ja im Walzen so viele Kisten ne oh noch zwei Enderperlen geil Enderperlen uh ich liebe Enderperlen 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 da weiter die Richtung die Richtung die Richtung oh ein Fluss mit dem Wald geil ah Wasser mh 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 hm mh 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 Gibt's immer ganz viele Kisten. Ich brauche einen Bogen, dann bin ich voll aus... AAAAAH! Chest restocked. Habt ihr sie gefunden? Ja. Ah, in der Mitte. Ja, komm, ich bin auch da. Yeeey. Ab in die Lava! Nein! Fuck. Aber wir müssen... Ich kann nicht noch die Enderpörle. Aber wir müssen gestorben. BAM! Ja, jetzt fehlt nur noch die Lisa. Die Lisa lebt noch. Wie, aber was ist denn hier? Ah, Haba. Was war Barber? Das war... Da kam aber auch genau gleichzeitig an Blaze, ne? Ja. Ihr seid eine Sekunde zu früh da gewesen, bevor die Kisten voll waren. Kein Steinschwert. Boah, das ist ja nütz. Der eine hatte doch einen Steinschwert, oder? Haba, 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 haba. Ich hoffe, kein Steinschwert. Nein, Mie. Ich hab auch keins. Oh, komm mal ganz Zeug aus dem... Inventar und sagen wir mal auf, was dann...